Hallo, hier ist wieder Klaus von der Ettinger der Kirche. Wir wissen, Huma und Klaus war gerade einkaufen. Und zwar haben wir heute den 8. Januar 2020 und wir haben jetzt 8.35 Uhr. Der Einkauf kommt direkt. Der Einkauf des Tages. Zwei Mal Kacki. Die sind in die roten Triebeln. Dann habe ich zwei Mal indische Silbe gekauft. Und eine Foto davon und einen Reeling. Ja, das war's ja von mir zum Einkauf heute. Heute ist der 8. Januar 2020. Und...